... dem die Zukunft gehören könnte in dieser hochspannenden Gewichtsklasse. Das Halbschwergewicht ja immer total spannend anzusehen. Schlagkraft wie im Schwergewicht, Beweglichkeit wie im Mittelgewicht. Mein Sohn von Hamburg, Lomani Hudael! Beide sehr verehrten Damen und Herren, zweieinmal fünf Minuten ausgemachtes Tanz, Steffen Hamler und Badaisch am Regenlis und Gentleman. Gucken Sie sich mal an, wie das aussieht, wenn ein Hampa auf den Ammos knallt. CR Karowicz und Lomani Hudael. Lomani Hudael. Das ganze 16 Jahre. So ist es. Karowicz, 16 Jahre älter. Du hast es gesagt, Sascha, und auch noch sieben Zentimeter kleiner auf dem Papier. Spricht da schon mal einiges gegen ihn, aber auch das muss man sagen, er ist sehr, sehr gefährlich am Boden. Vor allem mit seinen Würgegriffen hat vier seiner sieben Siege durch Choke erzwingen können. Lomani shootet gleich. Alles richtig gemacht. Bringt ihn ja zu Boden. Gleich in der Side-Control. Ja, und auch das muss man sagen, alle acht Niederlagen von Seat Karowicz, die kamen vorzeitig, fünf davon in der ersten Runde. Also er ist da sehr, sehr anfällig. Und muss da vor allem jetzt hier in dieser Startphase aufpassen, dass er sich da nicht überrumpeln lässt. Ja, ich sehe auch wie so, also die Technik, wie er jetzt Lomani versucht, am Boden zu halten, wird wieder aufzustehen. Ist nicht sehr profunde. Ja, statt sich zum Gegner hinzudrehen, dreht er sich weg, gibt da fast den Rückenpreis. Ja, das war zu spät. Ja, das war zu spät. Ja, Karowicz beschwert sich da, aber absolut gerechtfertigt. Ja, natürlich war es sogar ein bisschen zu spät. Ich meinte, dass Karowicz schon drei, vier Schläge vorher schon nicht mal. Da gratuliert. Schauen wir es uns an, schauen wir es uns an. Hier, da waren die Schläge. Ja, der war nicht ganz drin. Ja, der war nicht ganz drin. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf. Da war er weg, da war er weg, da war er weg. Also mindestens zwölf klare Treffer, da kann man schon mal abbrechen. Da braucht man sich auch nicht mehr beschweren. Und du hast recht, er war kurz auch weg. Also die drei, vier Schläge, da war er nicht schon weg. Ja, Karowicz hat sich da kurz gegen Weiger zur Siegererung gekommen. Ja, ich bin ein paar Minuten. Ja, ich bin ein paar Minuten.